Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 Deluxe mit dem üblichen Verdächtigen K.S.10, Schulle und Basti, der Spaß. Moinsinn. Da hat der Moderator wohl den Start verkackt. Da wird er erstmal gebannt, ey. Freunde. Da hat er in den Schulle ein Pilzchen bekommen. Mir klappt das Doppel-Item. Okay. Sehr viel. Schulle, Platzer. Ey, als ob. Die Strecke ist zu groß für uns beide. Ey, du bist einfach zu dick. Ja, fehl. Ich hätte uns da natürlich auch eine Rote am Arsch. Das hättest du wohl gerne, wa? Nein, hab ich ihn nicht getroffen. Bei mir wurde das so angezeigt, ey. Ja, ja, ja. Good game. Good game. Oh, komm rum. Oh, fuck, jetzt Drecksspiele einfach nur. Da kommen wir schon. Oh, shit. Das war jetzt gut. Den alten Mann. Ja, brems mal schön. Geht auf. Hey, mit seinem Stern vorbei, wascht. Boah, die... Ich wollte gerade sagen, ey, direkt. Ich sehe nix. Ja, ja. Oh, fuck. Voll, weil er sein Pilz hat. Ja, mal so ein Dez konnte man auch schön... Nein! ...schön, schön cheaten und auf der unteren Karte gucken, wenn der Pupa kommt. Aua! Äh, äh, äh. Also dann gibt's das nicht mehr. Alter. Doch, nö. Wer hat mir die Bombe geklaut. Was soll ich denn mit der Bombe, Mann? Frechheit. Und ich wollte dich Basti anrufen. Ich hab Basti, ey. Ich entbrudere dich. Nein! Die Pupa! Nein! Ich komm nicht mehr rein! Rein da! Tifa, ich hab's vergessen! Tifa, ich werd zweiter geworden! Ich hab's vergessen, alleine! Ja, ich hab's vergessen, dass Happens dabei ist. Nicht! Wie ist ihr, was das Schlimme ist? Man konzentriert sich so auf den Mann hinter sich, wenn man noch irgendwie was hat und wir eben das rein mögen, dass man das vorne ganz vergisst. Die Bombe, ey! Die hat gesessen. Darauf kommt erst mal der, ich weiß gar nicht, wie die Strecke heißt. Ich will gerade krollen. Ach, wohl gar nicht. Aber der Affe wird euch noch platt machen, wartet ab. Ich werde den Tag nicht vergessen. Alle in mir, Weihnacht! Welchen Tag soll ich vergessen? Welchen Tag heute nochmal? Die war meine... Legende. Truth. Nein! Das ist so. Happens, willst du mich nicht vorbeilassen? Alter! Nö, warum neulich? Krass denn! Der hat ne Banane gepflegt. Der hat ne Banane gepflegt. Der hat ne Banane gepflegt. Mann! Du bist doch ein Affe, die wütige Banane immer. Hello! Wer klappt mir denn hier mal ne Pilze? Einfach hello! 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 So, unnötig, ne? Oh no! Yes! Ach komm ey! Ach komm ey! Hau da, ich hab dich mitgenommen, ey. Egal. Schon einfach noch mit Kollateralschaden mitgenommen. Seid solche Schweine, ey. Direkt aber die Strecke ist gar nicht so verkehrt. Ich find die auch geil. Ach komm on! Gab's ja damals auf der Wii, da war die viel besser. Da fand ich. Oh shit! Das war jetzt ungünstig. Boah, die Flamme ist voll auf mich geknallt. Ja, ich krieg' ich kein Geschenk. Danke, Elfens. Ja, gerne. Nein! Boah, diese lächerliche Grüne, Alter. Oh, das hätt' man gesehen, das ne? Oh! Was war das denn? Das ist schon löffig. Kurzen Abgang. Ja, Baby Luigi klappt mir mein Geschenk. Jawoll. Gut gemacht so, ne Mann. Oh shit! Geschenke abziehen, hallo? Ja. Ja. Keine Worte. Kann man nix sagen mehr. Stern. Ich hab's dir wieder vergessen, dass Stern hier einfach scheiße ist. Ja! Ja, mit 8er. Ich freu mich als 8er. Oh, da ist Feuer! Oh! Ey, ich krieg' ne rote reingedrückt. Nein, da hab ich auch nie. Warum? Du hast schon wieder auf mich gewartet, du kleiner Sack. Ja, und alle überholen's. Carsten. Oh, sogar dein Sohnemann hatte ich überholt. Oh, das ist böse. Ja gut, die Punkte werden ja zusammengerechnet. Von ihm und Baby. Von Baby, äh, von Baby Luigi und von Luigi. Ja. Ja, hast recht, ey. Vielleicht könnt' ich dich so schlagen. Einfach... Ach, Mann, ey. Nein, das wollte ich doch... Oh, ich wollte doch... Oh, jetzt kommt die Save dran, weißt du, Gerd. Ja, kommt auch. Ich glaub' hier der Winter... Das war so klar, das war so klar, dass die dran kommt. Typisch Nintendo. Ja, ist so. Echt, ich mache aus Versehen einen Fehler und direkt werde ich bestraft. Ja, sowas, Ende. Loser. Okay, was hast du genommen? Ich will auch was davon... Ich hab' die 180 genommen hier. Oh, kleine oder groß mit kese? Mögliche díasaоко. käse ist blöde affe ist aber ekeler voll ja so ein drecksgorgonzohle oder halt so ein schimmelkäse am ersten mal wusste ich das kann man ja immer aufstellen was man drauf haben natürlich auch auf der pizza mit einfach nur nur käse mir die es so drei viertel kommen zu dem viertel wo der grund so dass auch immer drauf war und ab denen erst mal ohne irgendwie groß zu zögern direkt wieder auf den teller gespuckt dann machen kann man das geht immer solle warum wer ist meine zwei rote weil ich es kann die agression mit der pression ich bin ganz gut so schöne dieser moment wenn man beim marion kart anfängt zu bremsen ich fahre zwischen den fragezeichen sicher also erst eines geschenke jetzt sind die fragezeichen was als nächstes seh nix ich bin runtergefallen wie ein fettzack alter ich krieg schon wieder kein fragezeichen gelöhnt hier was sie fällt dann ein fettzack runter der donkey kong mann nein nein da fühl mich aus scheiße oh bitte sterben bitte sterben rakete hast du ihn hau an keine chance hätte ich hatte rakete ja ne 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 doch w Unions ein 25 2 und 25 45 sind 20 was die ist ein ich meine ich bin ja selber nicht gut in mathe aber ich bin in der zeile verrutscht 20 aber mir reicht die konstrukteurs weltmeisterschaft und daher war das ist so nicht fair gewesen einfach 45 das ist ein richtiger mathe mann habe ja alle formel 1 beruf dieses jahr 1 mal anzug nicht gespielt und das war alles was ich jemals von formel 1 mal den anfang gesehen oder das ende aber das war so dann kommt das mal eine halbe stunde hier weg mit der scheiß blume oh gott im himmel welche hier so geboten ich hatte drei rote ich hab doch nichts das war auch gut ey ja ich fahre genau in seine scheiß grün nein alter what the fuck was habe ich für items oh my god warte was willst du von mir ich werde bloß nicht zweiter wenn du keinen schmerz spüren willst ich schwöre ich finde ich finde einen sushi laden ich habe gerade von instagram gepautet also hat es nicht so schwierig sein wir tun uns alle zusammen bist du ein arschloch das war schön er hatte zwei bomben ach man ey er hatte zwei bomben der bomber man let's go ich feiere extra rote ab damit er die bomben los wird das war schön wenn euch das Video gefallen hat bewerten kommentieren nicht vergessen ihr kennt den Rest schaut bei den anderen vorbei und damit würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video wieder tschüss tschüss